Touri-Shit, Touri-Flog. Baut sich ein Tour mit Tequila, es geht! Am Brandenburger Tor in Berlin. Brandenburger Tor, Berliner Platz. Ich fahre nach Köpenick zum Berliner Kindl. Und dann machen wir ein bisschen... Die Berliner sind echt cool. Die haben mich schon gut unterstützt und mir die Stadt schön gezeigt. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Ich bin schon gut integriert hier. Oh, yeah! A beautiful dog! A beautiful dog! Okay, we'll get everybody in first. A beautiful dog! Oh, he's taking it. I was gonna get somebody to take it. Jeder kommt! Hang on, you don't get in the picture! One second! No, I can't, I don't have time, sorry! Keine Zeit, ich muss jetzt zum Potsdamer Platz zu Berlin Mall und mich vollfress. Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Ich geh zu Berlin Mall und friss mich voll! Ich mach mal! Clips, 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 Clips! Clips, Clips am Brandenburger Tor! So viele Touris! So viel geschehen! Ah, yeah! Es hat sich reichelt! Mach mal ein Bild von morgen! Da vorne ist Hotel Adlon! Michael Jackson, schon mal einen coolen Ruf! Hier ist Brandenburger Tor! Hier ist Tequila! Hier ist Potsdamer Platz! Hier ist der lange Alexanderplatz! Der Fernsehturm! Hier ist die ganze halbe Stadt, halbe Stadt sehen kann! Hier ist es in der Checkshaus TV Potsdamer Platz! Es gibt noch interessante coole Videos! Es gibt so viele geile Spots und Ecken! Ich wollte da mal noch zum Wannsee noch fahren! Gucken wir, wie lange noch bleiben! Heute auf jeden Fall noch! Vielleicht bis Montag! Mal schauen! In diesem Sinne, Checkshaus TV Applaus! City Trips! City Trips!